Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind schon ein paar Meter vorgefahren, damit wir Yolums Klassenquest plädigen können und da noch einen ganz großen Schwenk machen. Ja, einmal so rum oder andersrum. Mal gucken. Ja, so wie das mit dem Kapitulplatz aussieht, könnte vielleicht die andere Richtung günstiger sein. Ja, ich glaube auch. Wir wissen es nicht. Aber erstmal gehen wir hier rein. Jetzt darf ich auch rein. Ja, retten Mops Pyrrhon. Da war ich jetzt mir nicht dazu nicht dran gelaufen. Müssen wir den wirklich retten? Ja. Wieso denn? Wieso denn? Bestimmt, damit er mir gegen Trandaton helfen kann. Jetzt kommst du also mit dem Joker Klassenquest, ja? Genau. 7 von 20 ist hier die Bonusmission. Also so wie die hier rumstehen, könnte das leicht werden. Find's dir. Das müssen doch schon jetzt fast 10 gewesen sein. Ich benötige bessere Ziele. 12. Oh, Lila. Für dich. Kniestiefel des begabten Fremdlings. Mir reicht es dann jetzt auch die Treppe runter zu latschen. Und was los? Drei noch. Schade mal nicht. So schade. Wie kann ein Mitglied des Rats der Sith einfach verschwinden? Und ab? Was meint ihr damit? Er ist verschwunden. Er ist einfach weg? Jeder Analytiker unter meinem Kommando arbeitet an der Suche. Ich fordere sogar Gefallen beim imperialen Geheimdienst ein. Wie ich vermutet habe. Ihr besitzt nicht die Kraft, die euren zu verteidigen. Halbe Sachen zählen im Kragert nicht. Dann lasst doch mal sehen, ob ihr zu Ende bringen könnt, was ihr begonnen habt. Das Spektakel findet auf dem Regierungsplatz statt. Alle werden dort sein. Versäumt es nicht. Begib dich zum Audienzsaal. Und wo soll der sein? Nicht hier. Der ist... ganz woanders. Wir waren jetzt also für fünf Sätze hier. Ne, wir haben den Moff gerettet. Für was waren wir hier? Kackert-Punkte. Kackert-Punkte. Alles gibt Kackert-Punkte. Ach, blöde Kackert. Ja, eben. Also, ich glaube, das spielt keine große Rolle, worum wir gehen. Fliegen wir nach dem Roden. Gut. Ein Tiger, ein Wort. Ja, und dann wird das halt eine Kulturfolge. Eine Kulturfolge? Ist das Museum. Oh, auf ins Museum. Die Geschichte neu schreiben. Ihr fragt, das Bus an welcher Stelle müssen wir abbiegen? Ganz oben. Also, nein, nicht ganz oben, aber... Beziehungsweise, da kann man nur abbiegen. Und dann muss man halt wieder nur geradeaus. Bist du da oben? Da kannst du nur abbiegen. Und dann geradeaus. Der biegt ja schon wieder ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo dieser Weg hier entführt. Was ich gesehen habe auf der Karte. Der sieht man ja auch nicht, aber eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Doch, eine weiter wäre eine durchgezogene Linie gewesen. Nee, wäre es nicht. Nein. Definitiv nicht. Oh, man weiß es nicht. Guck auf die Karte. Ja, das ist auch ein Tunnel. So, dann tun wir uns noch ein bisschen Kultur an. Jo, Kultur. Das Ziel wurde ausgelöscht. Bis hier sieht man hier nicht viel Kultur. Doch, doch, da oben. Guck mal, hier ist Kultur. Ja, guckst du da oben. Ah, ja, ein sehr schönes Bild. Und dann macht man... Zack, bumm. Ups. Achso, ich dachte, du meinst das Bild da oben? Nö. Die schöne Kiste. Aber jetzt ist sie halt kaputt. Irgendwie finde ich dieses Geräusch von den Druinen ganz angenehm. Und hier sind schöne... Schöne Dinger hier, ne? Und dann macht man wieder... Bumm. Ich dachte, wir sind hier, um die Kultur zu genießen, um was zu lernen. Mach ich doch. Ich lerne, wie man Kultur zerstört. Wir lernen heute die Schwächen der Kultur kennen. Warum glauben, dass sie mich besiegen können? Lichtschwerter also. Lichtschwerter sind die Schwäche von Kultur. Verhuch mal die Truhe da drüben, wirst du auch gleich... Es ist unser Job hier. Guck mal, der Start oder fehlt zum Beispiel schon der Kopf. Ja, deswegen darf es hier auch so bleiben. Hier noch eine schöne Tafel. Du Kulturbahn aus, dich nehme ich nicht mehr mit. Warum? Du machst bloß die schöne Kultur kaputt. Du wolltest mit mir ins Museum gehen. Wir wollten was lernen. Ja. Mein CM12 stimmt mir zu. Na dann. Oh, guck mal, das macht nicht an sich. Also irgendwie haben sie ja auch immer nur die gleichen Sachen. Ja, sie versucht halt was beizubringen, aber du vermeidest, dass ich auch nur in die Nähe von den Dingern komme. Mal gucken, mal hier ist unser Missionsziel. Ich benötige bessere Ziele. Das Ziel wurde ausgelöscht. Wo kannst du denn da hinten? Ich bin doch die letzten beiden, können wir auch noch dann gleich. Jetzt hast du aber auch Kultur kaputt gemacht. Ich wollte mal versuchen, wie das geht. Und? Fand ich jetzt nicht sehr berauschend. Bandause. So, und wo ist jetzt der Eingang wieder zurück? Wir müssen jetzt noch wieder reingelaufen. In die Einzelnen, die noch hier waren. Das Ziel wurde ausgelöscht. Ich benötige besser versieden. Das Schicksal eines Nahkämpfers. Kommt immer zu spät. Das Schicksal eines Fernkampfers, die Gegend wollen immer zu ihm. Bestimmt hier irgendwie diese große Tür, die, oder? Mal gerade aus. Nee, doch nicht. Nee, noch weiter zurück. Wo ist der ekläfte Tresorraum? Gleich da, gleich da. Guck mal, hier ist der schöne Tresorraum. War der Weg nach unten hier schlimmer da? Vielleicht haben wir ihn auch gerade aktiviert. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Oh, guck mal, Kultur. Oh, Mensch. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. So, wo ist jetzt dieser grüne Hildi da vorne? War erster Baddock. Hallo. Könntest du so freundlich sein und uns das geben, was wir benötigen? Du bist. Ich bin. Oh, Entschuldigung. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Unser Planet ist so wichtig, als dass er dem Blick des Imperiums für immer entkommen könnte. Und jetzt seid ihr hier und verderbt uns mit eurer Anwesenheit. Corellia hat den Schiffbau revolutioniert, den Weg für Hyperraumreisen bereitet und die Republik gegründet. Ihr werdet nicht alles ruinieren, was wir aufgebaut haben. Ich bin wegen des Schlüssels zur Enklave hier und nicht wegen einer Geschichtsstunde. Woher wisst ihr von... Ah. Darbin Sol. Um ihn kümmere ich mich später. Und das wird nichts mehr. Beschützt die Relikte, Männer. Vertreibt die Eindringlinge von Corellia. Ich würde sie erst mal aus meinem Museum übertreiben wollen. Aber naja. Ich benötige bessere Ziele. Ach, da musst du wieder alles mit Gewalt holen. Ja. So viel zu den friedlichen Jedi. Und wir müssen zu Darth Stazimus zurück. Ja, aber erstmal machen wir die anderen Sachen. Na ja, da sind wir ja fast wieder im Ausgang. Na wenigstens etwas. So. Tschüss Museum. Ach, was ist ja noch? Viel Zeit in dieser Folge. Da können wir ja direkt weitermachen mit... Direkt geradeaus, um da irgendwas zu machen. Die Stellungen zu eliminieren. Da ist die Stellung. Eine von mehreren. Und viele. Viel rot. Ganz viel rot. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Wo müssen wir hier was machen? Auf der anderen Seite. Ja. Hier wahrscheinlich. Ja. Da werden die Leute im Weg stehen. Richtig. Geht ihr weg? Die wird gleich gesprengt. Kaputt. Ja. Auf zum nächsten Süden. Ich frage dir. Ach, du hast Freunde gefunden, ja. Ja, scheinbar. Interessant ist, dass das passiert, wenn man weg geht. Aber naja. Jetzt bleib doch mal hier. Dafür haben wir fast das Bonusziel erfüllt. Ui. Ui. Das Ziel wurde ausgelöscht. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Das Ziel wurde ausgelöscht. Ist doch nicht wahr. Und einer haben wir noch. Ja. Der müsste in die Richtung sein. Zumindest ballert da hinten was. Ja, das könnte ja auch der wiederauferstandene sein, die wir zerstört haben. Oh, Bundesmission Teil 1 war das. Ach, das ist ja gemein. Ich benötige bessere Ziele. Irgendwie hat die für mich noch nicht gezählt. Was? Warum nicht? Keine Ahnung. Hat mir noch als Ziel angezeigt. Ja, super. Wie ist es? So. Ich bin gefangen. Wie? Ich bin unter dem... Es sollte gleich wieder despawnen. Naja, das ist ja passiert. Genau in dem Moment. Also despawnen. Ich bin direkt unter dem Ding. Ne, ich hab's ja eben zerstört. Nochmal. Weil ich ja auch musste. Ja, ja. Hat aber auch nichts gebracht. Das Ziel wurde ausgelöscht. Ich hab Feststecken eingegeben und... Und ist dann gekillt. Was ist denn das für eine Logik? Wo bist du jetzt? Ich hab eine medizinische Sonne benutzt. Ich bin jetzt... Auf dem Ding. Ja, sehr gut. Und ich hab nur noch fünf davon. Also, das kostet mich echt Geld. Ach, nur hab dich nicht so. Hier nördlich von uns ist irgendwas. Hm. Aber oben, oder? Oben. Könnte sein, ja. Ja, hier. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Dann räume ich ja schon mal den weg. Ich bin doch auf dem Weg. Ich bin gelaufen. Nicht, dass es dann auch... Dass es dann auch schön für dich zählt. Das hat gezählt. Das hat gezählt. Gut. Dann haben wir... Bonus-Mission Teil 2 können wir noch machen. Ja, das... Wenn wir das unterwegs irgendwie erledigen. Nee, machen wir nicht mehr. Dann machen wir jetzt hier weiter. Wo auch immer hier ist. Ja, weißt du... Äh, Osten... Osten... Einfach... Ja, meine Klassenquest würde ich schon fast sagen. Ihre Vitalfunktionen verbessern sich. Das Ziel wurde ausgelöscht. Die Narren glauben, dass sie nicht... Oh, gelb. Also. Resort-Kistenschlüssel. Zwei von drei. Und... Hier weiter würde ich sagen... Das ist... Noch mit Resort-Kistenschlüsseln sammeln. Ich benötige bessere Ziele. Nee, die haben keine. Da sind wir ja wohl schon ausgelöscht. Vielleicht die Streifer? Doch. Doch, hab ich. Also ich hab jetzt... Ich bin auch zwei von drei. Ich hab drei von drei. Also ich hab jetzt alle. Du nicht? Nö, ich hab zwei von drei. Okay. Da hinten bloß einen bekommen. Dann hier vielleicht? Ja, der hat noch einen dritten. Gut. Dann können wir jetzt hier die Kisten zerstören. Eins von drei. Hier ist zwei von drei. Sie können mit mir sprechen, meine Sinnen beliebt. Und hier sind doch dann sicherlich noch mehr. Und hier sind doch dann sicherlich noch mehr. So gefällt mir das doch. So gefällt mir das doch. Ja, haben wir. Kann man dann nochmal nehmen. Also, das passt schon. Können wir später nochmal zurückkehren. Musst du mir jetzt mal glauben. Ich dachte, meine Kassenfest ist jetzt hier im Norden von uns. Nein. Also hier dann nach links. Hier ist meine. Ich dachte, das wäre meine. Zumindest eine wichtige Mission. Ja, die blaue ist meine. Also, was bei dir blau ist, ist meins. Wir sind lila. So, dann einmal nach oben. Aber ich glaube, die machen wir dann erst in der nächsten Folge, meine Klassenmission. Denke ich auch. Beziehungsweise allgemein beim nächsten Mal. Oder so. Ich stehe heute doch ein bisschen neben mir. Alles klar. Dann, äh. Ich bin auf deine Kamera, auf deine Kartengenntnisse angewiesen. Oh je. Dann, äh, schönen Tag, äh, ja. Schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.